Willkommen meine hochverehrten Zuschauer zu einer weiteren Gastschlacht mit Streitwagen Cedra und noch mehr Streitwagen der Gruftkönige eingeschickt von Legatus Leonitus, der mir zeigen will wie gut und toll Streitwagen sein können. Deswegen wird das auch angeführt von Cedra mit seinem unglaublich guten Streitwagen. Ich bin sehr gespannt was wir hier sehen werden. Ich habe übrigens meine Mikrofoneinstellung leicht geändert. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr einen Unterschied merkt zu sonst und falls nicht, schreibt es auch gerne rein. Wir gucken uns seine Armee gleich an. Sein Gegner sind die Dunkelelfen, die überraschenderweise keine Speerschleudern dabei haben. Das kann gerade gegen die Gruftkönige mit ihren Uschabti mit Großbögen stark nach hinten losgehen. Wie ich schon an eigenen Leibe, Malge, in einem Stream feststellen musste, als ich vergessen habe, dass die Gruftkönige sowas haben. Hier ist nicht ganz so das Problem vorhanden, denn es ist nur von Legatus die Auserwählten der Götter, Uschabti mit Großbogen dabei. Aber immerhin. Ansonsten besteht die Armee aus einer großen Linie aus Skelettspeerträgern. Speerträgern, Gruftwache, Gruftwache, Skelettkriegern. Hauptsächlich Skelettkrieger und ein paar Gruftwachen, die gerade vorwärts durch den Wald laufen. Sehr diszipliniert, wenn irgendjemand die Römer des Warhammer-Universums ist oder sind, dann sind es die Gruftkönige. Neben dieser Formation aus ein paar Gruftwachen und hauptsächlich Skelettkriegern ist ein Gruftprinz dabei. Die haben alle sehr schöne große Schilde, Bonus gegen Groß und die Beschützer des Königsfähigkeit. Das haben mittlerweile sehr viele Einheiten im Spiel, die Kommandanten und Helden um 18% physische Resistenz gibt. Und Grabschlag hat er auch noch. Dazu sehen wir hier, 1, 2, 3 Mal Streitwagen, 2 Mal davon mit Bogen und die nennen sich dann, das sind die Skelettstreitwagen Bogenschützen Einheitsformationsgruppe. Unterstützt von Sedra dem Unvergänglichen und der ist wirklich ein Biest, Sedra. Gucken wir uns mal seine Einheitenwerte an. Er hat 470 Waffenstärke, 330 davon, Panzerungsdurchdringend, 25 Bonus gegen Infantrie, magisch zaubernd, hohe Geschwindigkeit, hohe Panzerung. Nur seine Nahkampfabwehr ist ziemlich erbärmlich, aber er hat extrem gute Fähigkeiten, die er mitnehmen kann. Wo es, äh, oh ja genau, die gesegnete Klinge ist, ptrah, unglaublich gut für 43 Sekunden. Wenn er damit durch eine gegnerische Linie fährt, macht er sie im Nahkampf praktisch wertlos. Das ist schon eine verdammt gute Sache. Gucken wir einmal in die Dunkelelfen rein. Wir haben hier einmal die Rabenholde mit Repetierarmbrust, wenn die Uschabtini mit Großbogen in größerer Zahl dabei gewesen wären, wäre von denen nicht viel übrig geblieben, vermute ich. Hier hat der Dunkelelfenspieler Glück gehabt. Er hat hier zwei Regimente Echsenritter mitgebracht, panzerbrechend und Bonus gegen Groß haben sie auch noch und verschwinden können sie, wenn sie in die Kamera reinlaufen. Die Frontlinie besteht aus viermal Schreckenspielen und dahinter zweimal Henker von Hargarneth. Mehr als genug, um jegliche Gruftköniginfanterie auseinanderzunehmen und die Klingen der Blutkönigin reichen da doppelt und dreifach. Noch dazu ist noch die Helebron, die alte dabei, mit Gift, mit Bonus gegen Infanterie, die verfluchte Klinge, ist richtig fies. Ich hoffe, der Bug mit dem Ding, dass es immer Schaden gemacht hat, egal was passiert ist, ist langsam gefixt worden, ich glaube schon. Und eine Schattenzauberin mit Pendel und Melcox Miasma ist auch noch dabei, sowie Entkräftung. Das, ich würde jetzt mal sagen, das ist für beide von den Armeekonfigurationen her möglich, hier zu gewinnen. Oh, zwei Methoden, das habe ich nur noch vergessen. Wir gucken mal, was passiert, ich schaffe die mit Großbogen, die legendären Feuern, wie zu erwarten war, auf die Klingen der Blutkönigin. Ich habe nur noch Schussbogen aus, die nur noch sieht, wenn ich auf Space drücke. Oh, ach ja, wir sind halt ein bisschen verpackt und schießen irgendwie an die Seite, anstatt ins Zentrum des Regiments. Wir sind schon echt weit vorgekommen, ohne zu viel Schaden zu nehmen. Jetzt die Frage, was machen die Streitwagen? Sie sind zwar sehr, sehr gut gegen Infanterie, aber wenn Kavallerie, wenn sie gegen Kavallerie im Nahkampf sind, dann sind die sowas von ruckzuck kaputt und haben keine Chance mehr. Jetzt werden sie gerade verfolgt. Sieht nicht so aus, als kommen sie weg, es sei denn, die Geier dort hinten werden sie retten, aber stattdessen greifen die Geier die Rabel-Unholde auch an. Okay, und die Gruftkündigen kommen gerade weg, vielleicht sind sie sogar im Plänken-Modus. Hier muss er wirklich auf sein Micromanagement achten. Der gute Legatus. Und wie sieht es hier auf der anderen Seite aus? Hier rennen die Skelett-Streitwagen bereits durch die Linie der Gegner und machen einiges an Chaos, was mir sehr, sehr gut gefällt. Haut die verfluchten Elfdinger weg. Elfdinger, der verfluchte Elfdinger. Oh, die Dunkel-Elfdinger haben auch einen Streitwagen dabei. Faszinierend. Und wo ist Cedra? Cedra hängt gerade in der Zwischlingung, schaft sie fest. Äh, das war nicht so gut. Nie so gut gerade auf der Seite. Und der Angriff der Streitwagen hat ein bisschen Schaden gemacht. Das war jetzt allerdings nicht wirklich beeindruckt. Oh, die Klingen der Blutkönigin sind absolut zerrissen worden. Wenn jetzt noch Cedra reinkommt, dann sind wir sofort weg. Und da kommt Cedra rein. Und, bam, was ist das denn hier? Was ist das denn hier für eine Fähigkeit? Die sah ja super cool aus. Jetzt müssen wir uns mal kurz angucken, was da geht. Usirians Anrufung der Vergeltung führt Kämpfern Schaden zu. Schwach gegen Einzelkämpfer. Das ist jetzt vielleicht ein Missklick gewesen. Bei den Klingen der Blutkönigin hätte es sich wahrscheinlich mehr gelohnt. Aber den Zaufbruch habe ich noch nie so richtig gesehen. Oh, was ist da her? Ja, und da ist die Klinge jetzt gebrochen. Soweit so gut. Und das hat hier auf der linken Flanke ziemlich gut funktioniert. Mit den Blutkönigin. Die Streitwagen zusammen mit Settel im Unvergänglichen Fallen. Die Usagi haben die linke Flanke der Dunkelelfen problemlos gebrochen. Und wie sieht es hier im Kableriekampf aus? Hier im Kableriekampf hat der Dunkelelfen-Spieler gnadenlos gegen die anderen Streitwagen gewonnen. Die haben nicht einen Gegenkill machen können, so wie es aussieht. Allerdings ein bisschen Overkill hier draufgegangen. Mit zweimal Echsenrittern. Da hätte er sich ein bisschen zurückhalten sollen. Mit dem anderen Echsenritterregiment den anderen Streitwagen hinterherlaufen sollen. Oder sie irgendwo hier in dem Bereich lassen. Oder die Usagi angreifen. Davon hätte er mehr gehabt. Ganz sicher. Der Level-Bron die Erhalte kriegt jetzt Probleme durch die Schattlinge-Poste. Huuuuh. Schöner Eingriff. Aber die Formation aber nicht mehr wirklich sonderlich dicht. Von den Gruftkönigin. Deswegen hat es der Scharm im Grenzen gehabt. Die Nutzereinwürfe mit den Streitwagen bleiben ein bisschen hängen. Aber weil es so viele sind, werden sie doch immer ganz gut mitmachen. Ich mag die Streitwagen. So eine andere Seite. Ich möchte mitmachen. Wie viele Kills haben sie gemacht? 15. Und jetzt kommt endlich die Aktion, auf die ich gewartet habe. Ex-Norita versuchen Diyushabti mit Großbogen zu empfangen. Aber Skelettspeerträger sind dabei, um sie gegen diese Kavallerie zu unterstützen. Und in dem Kampf wollen sie nicht bleiben. Wie sieht der Rest des Kampfes aus? Momentan Vorteil meiner Meinung nach auf der Seite der Gruftkönige. Wollen wir, dass Cetra hier noch am Leben ist. Hoffentlich jetzt dorthin und durch die Henker fährt. Warum? Zeig, was du kannst. Zeig, was du kannst. Leute. Rechts vor links, hat er so wie es hier aussieht. Jetzt an dem nicht vorbeigekommen. Schade, es hätte einen schönen Eindruck gegeben können. Auf solche Sachen muss man eben aufpassen. Wenn man nicht will, wenn man würde es einen Streitwagen haben, nicht das viel schade. Was er überhaupt hat? Oh, ich habe es auch noch 63 Kills gemacht. Gute Aktion. Du schaffst Gorn hier gerade in den Rücken. Der exten Reiter. Der exten Glitter. Und da kommt Cetra. Da kommt Cetra. Zeig, was du kannst Cetra. Beißt sie kaputt. Skelettpferde, beißt sie kaputt. Beißt sie können das. Oh, 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 manf. Manf sie kaputt. Okay, wir gehen wieder weg. Destroi! 78 Kills. Also muss ich schon sagen, Cetras Pferde sind das Gefährlichste an diesem ganzen Streitwagen. Der Rest kommt ja gar nicht richtig lang auf. Knöchelt auf dem Mörderskelettpferde. Und weitere Streitwagen räumen die Henke ab, die gerade gemiss-micro-maged werden und einfach dastehen und nichts tun. Und die Pferde. Na ja, gut, das ist alles, ich weiß nicht, man macht ja den Himmel damals. Das sind alles seine Pferde. Die alles kaputt machen. Das sind wirklich die Schreckenspferde vor dem Herren. Und wobei der Herr hier auf jeden Fall Cetra ist. Ja, das sieht nicht gut aus für die Dunkelölfe. Das sieht nicht gut aus. Ich denke mal, das hat Legatus auf jeden Fall mit großem Abstand gewonnen. Manchmal danach. Die Dunkelölfe haben normal nach ihrer stärksten Einheiten, nämlich die Dunkelordorne nicht dabei gehabt, die wirklich besonderes Stiftung gegen so ziemlich alles, was sie Geruchtbindige mitnehmen können. Und wenn er noch ein bisschen geschützt wird mit der schwarzen Garde von Nagadorn, vielleicht noch zwei, drei Speer-Schleudern gegen Eventulu-Shabti sind die eigentlich ziemlich gut dran hier. War diese Armee, die war einfach nicht wirklich gut geeignet, glaube ich, gegen die Gruftkönige, denn Schreckensperre sind halt eben keine Linienbrecher. Die schaffen es kaum, selbst durch Skelettskrieger oder Skelettspeerträger, schaffen sie es kaum durchzubrechen. Das haben nur die Henker gemacht. Und das haben sie auch ganz gut gemacht, aber die einen wurden zerschossen von den Ushabti mit Großbogen. Dann wurde die Kavallerie nicht optimal eingesetzt. Zedra konnte dann durch die Linien der Schreckensperre fahren oder die Henker und richtig viel Schaden machen. Ja, ich denke, das war nicht die optimal Armee gegen Gruftkönige, was uns allerdings dann erlaubt hat, einige schöne Streitwagenaktionen zu sehen und vor allem Zedra, den Unvergänglichen. Und das fand ich schön, deswegen bedanke ich mich für das Einsenden von Legatus. Danke für dieses Replay. Falls ihr ganz einsenden wollt, schick's an Explode und herbst1.com Falls ihr den Kanal unterstützen wollt, klickt auf die MOGA und Humble Bundle Links unter dem Video. Da gibt es ab und zu mal sehr gute Videogame-Key-Angebote und wenn ihr was braucht gerade, holt es euch und ich kriege ein bisschen Provision dafür. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.